Ich bin richtig gerne, oder ich bin nicht richtig gerne, sondern ich bin jede Woche im Prinzip in einem anderen Hotel. Und es gibt so Sachen, die muss ich einfach ausblenden, wie solche Sachen wie... Was könnte hier passiert sein? Wir haben hier so ein schönes Ledersofa-Bett in rot oder so ein roter Hocker. So, was könnte da alles drauf passiert sein? Oder auch hier, wir haben hier gegenüber vom Spiegel, äh vom Bett, ein Spiegel. So, wer hat sich da wohl schon alles drin gesehen? Und wobei? Die Dusche. Auch so ein Ding. Nicht drüber nachdenken. Was ist denn so deine erste Routine, wenn du in irgendein Hotel kommst und denkst, hier bleibe ich jetzt zwei Nächte, aber ich mache vorher noch... Das ist das. Lass mich gerne wissen, schreib es gerne rein, habt einen wunderschönen Tag, ciao. Bis zum nächsten Mal.